ja stimmt das muss ich noch fertig fahren weil du kriegst immer strafe kriegst du mal strafe ja wenn du jetzt mit dem renner raus gehst kostet dich das kohle 3000 oder so ja ich bin sehr gespannt auf den ausgang dieses kohle 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 Aufsichtliche Dichtung auf der Strecke auf der Strecke auf der Strecke auf der Strecke. Strecke auf der Strecke auf der Strecke. Strecke auf der Strecke auf der Strecke. 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 Strecke auf der Strecke.